6 Körs auf dem Weg in Richtung Ziel und wir schauen nach vorne, die 4 macht den Anfang. Selina Brunn aus Kräubermoor ist hier, die erstplatzierte aktuell und die 4 Brausam vom RC50 Erlangen auf Position Nummer 2. Jetzt sind so viele Erlanger da, ich hör nix. Eure Fahrer auf der Bahn, vorne die 4, die Selina. Und verändern die erstplatzierte hier im Film auf der 2 und verändern die 0-1 auf der 3. Das ist Lena Tafershofer vom BMX Team Valheim. Und Platz 4, da wird es auch nochmal in die 233, Sienna Schrader. Sie kämpft hier um ihren 4. Platz gegen die 535, 4 oder weg, die die Snack-Körlinie hat. Und die letzten Meter sind hier eingebrochen und gut schon aus. Für die Fiona aus Herzog auch für ihren Platz Nummer 4.